Wichtige Tätigkeit heute hier an unserem neuen Camper, das Anbringen der Nuggetforum Aufkleber. Welcher Innenbrunst sie das macht, das ist einfach unglaublich. Soll halt nicht scheiße aussehen. Jetzt kommt der Augenblick. Das Abziehen der Trägerfolie. Ein E. Gib mir ein E. Gib mir ein D. Gib mir ein Punkt. Gib mir ein M. Gib mir ein U. Rum. Rum. De. Ah ne. Orum. Forum. Tuforum. Gettforum. 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 Ugetforum. Nuggetforum. Sehr schön. Sieht wunderbar aus. Rumpf. 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 De hat mir auch gut gefallen. Ich kann das Restliche wieder abkleben. Sehr schön. Aber jetzt kommen noch mehr Aufkleber. Die Trägerfolie ist sehr schwierig abzulösen gewesen, sagt die Chefin. Eventuell ist ein Reifen leicht verschoben. Wir werden es gleich sehen, wenn wir das Geheimnis lüften. Das ist fast genauso wie das originale Nugget Logo. Das hat Timo gut ausgesucht. Mensch. Da ist fast kein Unterschied. Ein Nugget. Leider kein Plus. Stimmt. Timo. Gibt es noch nicht. Ah, das sieht weltklasse aus. Ja, das E da vorne. Da musst du noch mal ein bisschen drüber wischen. Pst. Weltklasse. Weltklasse. So, die anderen.